hallo und herzlich willkommen zu einem neuen video auf diesem kanal und zwar geht es heute um jemanden der schon seit einem monat jetzt bei uns lebt aber über den ich halt kaum hier ein wort verloren habe und das wird sich jetzt ändern ich habe Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.